Wir fahren mit dem Reich der Wischler und wenn Sie erwischt werden, dann kommen Sie in ein 5 Stern Luxus Wellnesshefen. Ja, ohne Spaß. Da wurde dann am Abend ein 5 Stern Luxus Wellnesshefen, die ist damit, wo man 10 vorfindet, ein 3 TV, ein Computerspiel, darüber man sich ein Hefen ganz lustig hat, Spaß hat, Sonnengerassen, wo man sich freuen kann, damit man sich auch im Hefen wohnen, Fitnessstudios zu trainieren, damit man eine Klasse, die nach Lache kraftvoll zuschlagen kann, Selbsträumlichkeiten für den Kopf wollen, damit man auch im Hefengestauern auslassen kann, ja, nur hat man investiert. In den Luxus der Gesellschaft hat man investiert. Wenn man heute auf Polizeidauerstüren schaut oder zu unseren Grundwertigen in die Kaserne schaut, dann muss man sich genieren, weil dort hat man unglaublich negative Zugehäme auf die unnürdigsten für unsere Soldaten, aber genauso unnürdig für unsere Polizisten. Und auch dort, wo die Hefengestauern dort investiert werden.